Wenn Sie sich zurückerinnern an alte Gaststätten und alte Läden in der Klingenstraße? Ja, ich war in der Klingenstraße, da war ich im Städtchen geworden. Dann war außer uns, da war die Steck mit Lebensmitteln und Milchprodukten. Dann war gleich, dann früher dann die Arbeitsschaft mit Tabakwaren. Und dann war der Kistenbärchen, wo man Kreisel gekriegt hat. Aber dann war der Ruffingfeier, der Pfanne noch hinten, war der Stock und der Schnapp. Der Stock hat Fisch gehabt und der Schnapp hat feine Bäckerei gehabt. Oh, ganz tolle Kipfli, der Schnapskalle. Der lebt ja noch drüber im St. Paul, der Kalle.